Wobei, eine Idee hätte ich noch. Ich bin ganz klar dagegen. Das hab ich mir gedacht. Hallo! Was geht ab, meine Freunde? Seid herzlich willkommen! Ihr seht schon richtig, heute spielen wir wieder den Farming-Simulator oder auch den Landwirtschaft-Simulator in GTA. Ja, mit dabei haben wir heute natürlich hier Bauer-Deko, was geht. Hallöchen, Muchachos! Bauer-Deko meldet sich zurück und krault eure Kartoffeln. Hallöchen! Hallo! Und Marvin hat schon wieder ordentlich verkackt hier beim... Als auch du einsteigen kannst, wenn ich fahre! Oh, verziehe ich! Guck mal, was für ein Amateur du bist, Alter! Komm, wir fahren den ersten Punkt, Marvin! Digga, ich drück die ganze Zeit F! Los, weiter! Fahr mich ins Ziel, Bruder! Fahr mich ins Ziel! Los, bleib so kurz stehen! Ich will schauen, dass es am War-Ride auch geht. Wir fahren jetzt so bis zum War-Ride, Marvin. Bleib ja da! Bleib ja da! Kann ich auch über die Straße, über die Ecke rüberfahren? Oder ist der Boden zu? Nein! Oh, mein Finger! Nicht mal festhalten kann, als ich... Mein Finger ist abgefault. Schande! Schande über dich! Komm hierher! Ja, Lachs schießt hier auf mich! Bist du behindert? Ere Stress! Ja, bestabler, äh, Klaus! Ich musste nachladen! Ich hatte gar keine Chance! Das hast du los, Alter! Musste nachladen, hallo! Boom! Ihr seht's deinem Ziel, ne? Ja, ähnlich. Du schießt dann doch hinterher, wie so eine kleine Fliege. Ja, schieß ruhig, Lappen. Schieß ruhig. Ich schieß nicht mehr zurück, weil ich's nicht brauch. Ja, das, äh, wirst du jetzt... Nein, ich bleib am Baum hängen! Ja, ha, 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 ha! Sieh an, Digga! Du hast dich versteckt am Baum, Alter! Heute haben wir für euch hier einen Explosiven... Jetzt hör doch auf zu schießen, nur Lappen da hinten. Einen Exklusiven! Nicht ran, Junge! Oh, alright! Ein... Oh! Ja! Der Kasper wieder an hier, ey! Digga, Klaxigon-Schleichler. So, können wir endlich losfahren hier? Ich hoffe, ich hoffe, alle deine Hühner sind verfault und deine... äh, äh, Erntes ausgefallen. Ich nehm hier mal den Weg, ne? Meine Hühner sind verfault, ja. Hallo, fahr schneller! Fahr schneller, Junge! Alter, achtet mal auf die Reifen! Die sind doch echt so aus? John Deere-Tracker ist das hier. Die gehen richtig ab! Oh! Ja, Baby! Fahr hoch, Bruder! Digga, wie fährst du denn da hinten? Ey, Junge, er rutscht hier... Ich... Ich... Ich bleib sogar noch fast stehen... Ja. Und fahre gerade wieder an, da fällt er wieder runter. So, womit wollen wir denn mal schießen? Vielleicht so vorbei, so. Kitzelt sich das? Kitzelt sich das, so. Schon wieder fast runtergefallen hier. Oh, knapp an dir vorbei. Boah, das kitzelt, oder? Das kitzelt, oder? Was ist das für eine Scheiße hier, Alter? Warum kann die Karre nicht gerade ausfahren? Oh, 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 oh. Na? Spürst du das zischen? Oh, ich muss mich gerade so fokussen, dass ich hier runterfalle. Guck mal, wer da wieder kommt. Ja, runter mit dir, du Lappen. Du kannst wieder hochkommen. Er respawned, was für eine Mütze, Alter. Ich kann doch nicht hochklettern. Er könnte einfach wieder hochklettern können, ey. Oh mein Gott, ey. Und ich steige jetzt aus. Ich stelle mich hier neben dieses Silo und kann ich hochklettern? Aha. Nein, kann ich nicht. Lachs, komm. Natürlich geht das. Musst nur Skill haben, warte. Oh. Kriege ich noch hin, Bruder, kriege ich noch hin. Sag ich doch, easy. Wer ist hier oben? Wie hoch ist hier oben? Ja und? Ist doch egal wie. Hauptsache ich komme wieder nach oben. Mieser Chaco, Alter. Schnauze da vorne. Hey. Jetzt hängt er da wieder. 2-2 übrigens. Jetzt ist es ausgeglichen. Ja, ich muss ihn noch einmal kurz zum Punkt zerstören. Das ist immer so geil. Sonst ist ja diese Regel, egal wo man dich umbringt, aber dann andersherum nicht. Hä? Oh, das ist easy, Bruder. Das ist easy. Das ist... Ich... Ich hoffe aber, der Warholz sieht auch ein bisschen anders, der ganze Weg hierher zu fahren. Besonders mit meinen unglücklichen Umständen, die sich Marvin nennen. Wir können ja mal nach oben schauen. Will ich, dass hier noch ein bisschen was kommt bei der Map. Das muss sich noch lohnen. Ja, die Map ist sehr, sehr einfach gebaut, Wurde. Hallo! So, jetzt steht es 3-2. Ich habe wieder einen Kill gut. Jetzt sind wir quitt. 3-2, Bruder. 3-2. Einmal kurz zum Punkt hatte ich noch. Ja, das zählt bei dir auch nie. Also zählt es andersrum auch nicht. Aber den ersten Schuss hast du auch nicht daneben geballert, muss man ja mal sagen. Ja, naja, ich habe mich nur zu langsam geschossen. Zu spät. Ja. Aber ich warte sogar trotzdem hier. Wow! Na, okay, jetzt warte ich nicht mehr. Gut, ich habe die ganze Zeit gewartet. Ich habe dir sogar eine Chance gelassen zu überleben. Habe immer vorbeigeschossen. Aber nein, Deko. Du hast mich sogar kurz vor dem Punkt aus der Karre gezogen. Auf Ehrenbruderbasis. Du könntest doch einfach wieder an dich hochschießen und lass uns wieder einsteigen. Auf Ehrenbruderbasis. Das ist wieder so typisch Dekor. Mein Kentin. Digga, was ist los mit ihm? Okay, jetzt lege ich hier noch eine Anlehrungsmine. Kannst du nur, wenn du aussteigst. Nee. Du kannst keine Explosives. Ego-Perspektive legen. Hallo? Das geht nicht. Warum soll das nicht gehen? Weil du nicht auswählen kannst, du Lappen. Ja, habe ich doch schon. Ich muss dir jetzt leider mitteilen, dass da eine Anlehrungsmine liegt. Kuah! Haben wir? Lol, lol, lol. Oh, bin ich hier? Hallo? So ein schöner Tag. Lol, 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 lol. Deko falsch gefahren, oder was? Nope. Junge, geh doch von der scheiß Wand hier weg. Was ist falsch mit dir? Go. Go. Ich warte hier auf dich. Wo bist du? Ich bin gerade in der Tube. Ja, ich auch. Aber ich sehe dich nicht. Also, ich bin nicht mehr drin. Hä? Wir drehen unsere Runde, lol, 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 lol. Ach, da ist er. Komm hoch, Marvin. Ich warte hier. Digga, wenn da irgendwo eine Anlehrungsmine ist. Hier ist kein Anlehrungsmine. Oh, Speed verloren, Bruder, Speed verloren. Nicht verkacken, Marvin, nicht verkacken. Wer mega nervig ist, euch nochmal fahren zu müssen. Hm, zeig dir. Alter 4, wenn da was ist. Hä? Wo ist der Puri? Nein. Nein, ich wusste es, ey. Ich wusste es. Ich wusste es. Den Fehler mussten wir wohl beide machen. Ich hätte es dir auch mitteilen können. Aber... Ich weiß, dass deine Zeit nichts wert ist, deswegen warte da ruhig mal weiter. Hä? Ich habe es auch nicht gemacht. Ich muss auch nochmal hochfahren. Hätte ich es lange auf mich warten müssen, hätte ich es auch nicht dir erzählt. Aber so? Ja, du bist doch die ganze Zeit oben, oder nicht? Wo bist du denn? Nee, ich war auch auf der Plattform. Hä? Ich habe es ja gar nicht gesehen. Ja, ich habe ja auch dann gespawnt, damit ich jetzt schon mal 5 fahren kann. So. Habe ich ja gar nicht... Ich dachte, wärst du irgendwo anders unterwegs. Du musst doch nur nach oben fahren, Bruder. Hä? Diko, wo bist du? Diko? Ich weiß nicht, was du hast. Ich habe mich einfach nur mit dem Trecker überdreht beim Hofer. Ruhig dich. Ah. Ey, Junge, warum? Ich habe mich überdreht. Ey! Was ist los? Ey. Digga, du hast mich gerade weggeguckt. Ich fahre wirklich nach oben. Hallo. Was ist denn los mit dir? Echtiger Lachskopf, ey. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass du respawnst und wieder den Scheiß nochmal erfahren musst. Und ich habe mit dem Fein, der nicht nach oben bin und weiß, dass ich den Ball ausfahren muss. Und dann fällt der Wichser mir einfach von oben auf den Kopf, ey. Ah. Ah, das war meine Ausrede. Ich habe mich auch gerade gewundert, dass ich wieder unten bin. Wo ich den Punkt überwachtlich damit habe. Ja, aber du hast mich ja beim Runterfahren geholt. Das war ja, runterfallen. Naja, ich bin ja extra runtergefallen, weil ich dich gesehen habe. Ja, ich wollte halt, dass du respawnst und nicht runterfällst. Ja, ich weiß. Weil dann wärst du halt, dann wäre ich die da vorne gewesen. Hallo, hallo, hallo. Nein, nein. Komm schon, komm schon. Rette mich. Ich bin schräg über die Kante rübergefahren bei der Ausfahrt, ne. Nein. Kann der Tracker nicht. Bruder. Ich dachte, mit den krassen, dicken, geländemäßigen Reifen. Was machst du? Verkackst du oder was? Hä, warum kann ich denn wieder oben? Beste Map ever, Alter. Also, ohne Spaß. Für die Ungeilheit dieser Map musste ich schon zu viele Strapazen durchmachen. Bis jetzt hat es sich noch nicht gelohnt. Nein, nein, nein. Ist da jetzt wirklich der Punkt? Bitte, bitte, bitte. Oh, echt ein krasser Troll hier. Oh, ja. Oh. So, wie war das mit Annäherungsminen? Es lagen keine. Oh, Junge, ey. Langsam wird mir schlecht, wenn ich mich noch häufiger hochdrehen muss. Na, was müsst ihr denn als nächstes machen? Oh, die Mega-Rampe. Alter, nice. Le Ramp du Mega. So. Ich drehe meine Runden. So, ja, kitzeln, oder? Alter, fast wieder bei der Ausfahrt verkackt hier. Ja, hab ich gesehen. Hoch, Baby, hoch, Baby, hoch. Geh mal den Punkt, du Bitch. Runter, runter, runter. Nein, nee. Das mit. Das mit. Noch eine extra Runde. Keine extra Runden hier. Oh. Oh. Herzlich willkommen, der. Das war anders anstrengend. Ahem. Hallo. Ah, ah, hallo. So. Okay. Jetzt, aber hier richtig geile Action mit Schmackes. Oh, warte mal. Digga, was ist das für ein krasser Wallride jetzt? Lame. Weiß nicht. Also es ist halt einfach nur ein gerader Wallride und ein paar Aussortiere dazwischen. Ja, aber der ist nicht lang. Den ich verpackte. Alter, der ist aber riesig. Der ist echt riesig. Der ist echt riesig. Nachdem sie ihn nicht glaubt sind. Hallo. Ja gut, dann wollen wir mal, ne? Dann wollen wir mal. Digga, das ist einfach so unspektakulär. Es gibt wohl noch einen Wallride mit dem Fieldmaster, der etwas knackiger sein soll. Aber ich glaube, ich würde da dankend absagen. Ey, Junge, wenn da jetzt das Ziel kommt, ne? Dann, also mal ohne Spaß. Das ist doch nicht mal die Zeit des Map-Erbauers wert. Also mal ohne Spaß. Was hast du als Map-Erbauer für Langeweile? Haben wir einen Kasten-Clickbait. Wenn du denkst, mit so einer Map ist deine Zeit irgendwie gut investiert. Ich kann die Map richtig gut verkaufen. Ja! Ist schon hart verdient, oder? Haha, und er verkackt auch noch, ey. Hat dir auch passiert? Was denn? Dass du einfach so vom Wall weggeballert wirst? Nee. Einfach beim Drauffahren? Easy. Wie beim Drauffahren? Der ist einfach weggeflogen. Als ich auf dem Wall war. Ich bin im Speed reingefahren. Bam! Nope. Nothing happened. Nothing kommt erst zu you. Es wäre... Nein. Es wäre schon fast lustig, wenn es nicht so traurig wäre, Alter. Wobei, eine Idee hätte ich noch. Ich bin ganz klar dagegen. Das hab ich mir gedacht. Hallo! Ich kann es dir nicht einfach überbringen, Alter. Nicht nochmal, ey. Oh, Junge, Alter. Okay, die Folge wird verkauft. Mabossa quittet. Diese Map ist zu hart. Kranker Fieldmaster war all right. Viel zu hart. Oder dieser Treu... Nein, ey. Schon wieder in derselben Stelle fand ich... Oder dieser Treu war einfach zu hart. So, aber... Jetzt hab ich es einmal geschafft. Jetzt bin ich auch durch. Hallöchen. Geile Map. 23 steht da unten. Kein Plan, was 23 heißen soll, Muchachos. Aber die Empfehlung geht raus. Oder die Warnung geht raus. Spielt diese Map nicht. Ich hab noch eine gefunden. Die nächste Fieldmaster-Map kommt jetzt. Ach, noch eine Zeit. Eine Lebensverschwendung. Falls es so unglaublich schön war, gleich weiter. Nächste Map mit dem Fieldmaster. Jetzt haben wir aber... Tracker-Stunts. Fieldmaster-Strecke. Es wird einfach legendär. Zockt diese Map bitte unbedingt. Tut mir einen Gefallen. Nur einen einzigen Gefallen. Und spielt diesen Map selber. Dankeschön. Tut mir einen einzigen Gefallen, Muchachos. Ich brauche jetzt ganz dringend Lebenszeit spenden. Also, falls ihr mir Lebenszeit spenden wollt, natürlich auch gerne monetäre Leistungen. Nehm ich gerne an. Eine E-Mail an loser.fanpost.gmx.de Hashtag rettet die Möwe. Und spendet mir Lebenszeit. Sonst ist, glaube ich, hier bei mir alles verloren. Oh, 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 nein, Diko, nein. Ja, oh, oh, ja, ja, oh, nein, 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 nein. Okay, ab geht die Party auf die Party. Ja, ja, ha, 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 ha. Hallo, ich musste jetzt nach hinten schießen. Oh, ja, Diko, ich werde sowas von abziehen. Aber wir sehen es an dem Ziel, Bruder, ne? Oh, scheiße. Oh, schade, Diko, dass wir schießen können. Schieß doch, Junge! Ey, weg hier! Komm, ich schau in den Speed rein, Junge! Nein! Speede! Ja, weg hier! Ciao! Ich fahre eiskalt mit dem Fieldmaster über den Speed und fiegelig. Ich bin zu langsam. Oh, jetzt endlich, ey. Oh, ja, ist das schön. Diko, wo bist du? Ja, ja. Ist das für dich in Ordnung, wenn ich schon mein Ziel fahre? Ja. Okay. Alter Schwede, was kommt denn alles? Ausnahmsweise eigentlich nicht, aber bei dieser Mem. Oh, ich hoffe, du verkackst. Nein, nein, nein. Oh, ja. Wo bist du? Jetzt bin ich wieder hier oben. So eine Kacke. Ja, er hat auch verkackt, oder? Tze, 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 tze. Ja, wie hast du hier verkackt, Alter? Ich habe mir das erst mal angeschaut und dann bin ich runtergefahren. Hallo, ey! Wir wollen das beide nicht. Ich bin geschützt! Ja! Ja! Ja, ich bin geschützt. Oh, oh. Ah! Oh, oh! Oh, oh, oh! Ja! Ey! Easy gewonnen. Easy gewonnen. Wollen wir deine Unterwäsche anfassen? Ich bin dann weg, ne? Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ja, ich bin in Indien. Da liegen noch ein paar Dollar. Warte, 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 warte. Fahr, fahr. Geht meine Annäherungsmine geht nicht, ne? Warte. Bleib mal kurz stehen. Hallo! Bleib stehen, Bruder! Ihr müsst jetzt hier einen scheiß Fieldmaster-Labyrinth machen. Halt die Schnauze und fahr! Oh, ich fahr dir einfach hinterher, ja? Ich will nichts eigenes erkunden. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Lösung ist. So wie man weiß, aus dem Tierreich sind Löwen in Labyrinthen äußerst aufgeschmissen. Hat man eine Türversuche rausgekunden. Ich glaube, da musst du runter. Da ist letztendlich einfach nur ein Loch, Alter. Ich dachte wirklich, das wäre vielleicht eine schlaue Idee zu gucken, ob ich da runterfahren kann. Hä, wo müssen wir denn hin? Ja, zum Punkt vielleicht. Meinst du in die Tube da rein? Ne, ne? Am Ende wahrscheinlich schon. Ah, hallo. Ja, auch einfach nur unten. Oh, ach so. Kann ich einfach raussteigen, da durchgehen? Oh, das könnte aber. Wahrscheinlich muss man in die Tube rein. Warte, ich schau mir das mal kurz an. Marvin, richtiger Schummler, Boxershorts, Digga. Hä, warum? Ganz klar Boxershorts, Alter. Du willst wirklich in die Tube rein? Endlich pralle ab, ne? Richtig, Alter. Ich pralle, oder ist das noch falsch? Warte mal, ich würde es auf der Seite probieren. Warte. Wo bin ich jetzt hingefahren? Wo bin ich jetzt hergefahren, meine ich? Ich fahr jetzt ganz links lang. So weit links, wie ich kann. Ja, ja, ich bin auch ganz links. Warte mal, ich dachte, hier vielleicht? Hier drunter? Oh mein Gott, der Skiller hat es einfach wieder erkannt. Einfach hier runter, ey. Warte. Warte, wir droppen auf die Straße drauf und jetzt können wir weiterfahren. Das sind Bibi und Tina von Mateus und Sabrina. Ich sehe von hier aus nicht. Aber ich habe doch sogar das Loch im Boden gesehen. Das war scheiße. Da war nichts drunter. Die Skiller-Möwe, Junge. Die Skiller-Möwe hat da den Punkt. Dankeschön, Alter. Was? Ist das angenehm, ey. Geil. Ja, ich schaue es mir jetzt auch an. Ich bin durch. Was hast du da gesehen, Digga? Was hast du da gesehen? Wie, was habe ich da gesehen? Ich bin einfach den Punkt gefahren. Punkt habe ich gesehen. Was hast du da gesehen? Deswegen frage ich ja, Bruder. Ja, wie fragst du? Den Punkt habe ich gesehen. Ja, du bist ja irgendwie den Punkt gefahren. Ja. Einfach nur auf der Plattform lang. Wie ich gesagt habe, ganz links. Eh nicht. Doch. Ich bin einfach nur ganz, ganz links außen umgefahren. Aber auch noch diese Fieldmaster-Maps, ne? Nicht mal irgendwie Kreativität beim Labyrinth, ne? Nicht mal, nicht mal das. Nicht mal ein Mindestmaß an Kreativität hier an den Tag gelegt. Ich respawn jetzt und warte auf dich. Ganz links habe ich am Anfang geschaut und da war nicht. Dieser Chaco. Nein, ganz, ganz links. Sobald du um die erste Wand rum bist, wenn du reinfährst, musst du links und dann fährst du ganz am Rand der Plattform lang. Ganz, ganz links. Hart links. LOL. Ich habe da was gefunden. Ich habe da was gefunden. Die Schnauze. Ganz, ganz links. Du bist wahrscheinlich ausgestiegen, ne? Ja. Also, noch ein Grund mehr, diese Map zu spielen, würde ich sagen. Ganz, ganz klar. Falls ihr die Map spielen solltet, Muchachos, wir machen in unserem Discord-Server, machen wir einen Raum auf, da könnt ihr reingehen, dann könnt euch andere Leute auch in Lebenszeit finden. Nur, falls ihr wirklich überlegt, die Gedanken habt, hier zu spielen. Oh, hab ich das gut angefühlt, ey. Ich hoffe, du verkackst, da kannst du nicht mehr nach vorne fahren, ne? Ich habe den nächsten Punkt schon, ich wollte nur zugucken, wie du schiffst. Ah, scheiße. So, weiter, Bruder, weiter! Kann man hier auch irgendwie Looping machen? Kann man hier Looping machen? Speed, in den letzten Speed lege ich noch eine Annegons-Mino rein, das auch. Ja, dann wird das erste Mal, glaube ich, zweimal in Folge geragequittet. Hallo! Hallo! Hey! Oh mein Gott, das war knapp. Schade, wer wusste nicht, wenn du jetzt rausgesprungen wärst. Hey! Das war meine Karre! Digga, verzieh dich. Ich wollte mich eigentlich kaputthauen. Ah, ist nämlich deine. Ich habe eine Annegons-Mino neben uns gedroppt. Ich bin weg, ne? Ciao! Dang! Bist du nicht! Ciao! Ciao! 3 zu 2, Junge! Und somit war ich verdient als erstes Ziel, würde ich sagen. Digga, auf keinen Fall. Digga, bitte, 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 komm! Komm, komm, bitte, bitte. Bitte verkackt noch, ey. Ah! Ahem. Hallo? Komm, irgendwie so rüber. Marvin, hallo. Ich bin sehr nah dran. Ja, 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 komm! Nein! Warte, kann ich irgendwie so? Richtig gut, bitte. Nein! Ey, der schießt wieder! Der Lampen schießt wieder! Ist doch auszüglich, Junge! 3-3, Alter! Wuhu! Deine Mutter auf den Flohmarkt, Junge! Deine Mutter auf den Flohmarkt! Gar nichts kannst du, Alter! Ja! Ich wollte gerade nach hinten schießen. Oh yeah, Bruder! Oh yeah, verdient als erster jetzt! Komm, verdient als erster! Boom! 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 Muss sagen, die Map hat mir doch jetzt doch wieder gefallen. Hä? Was ist los? Was machst du da? Hä? Was ist dein Problem? Ich hab den Problem. Ja, ich hab nur überlegt, ob ich mich auch irgendwie trollen kann hier unten. Aber ich komm leider auch nicht ran, dass ich irgendwie ans Ziel noch an mir ums Minen schmeißen kann oder sowas. Wo ist denn das Ziel? Ey, Junge, diese Fieldmaster-Maps, ne? Es ist so eine lame Scheiße, Alter! Es ist unfassbar! Okay, da unten ist der Punkt. Dann würde ich sagen, mach mal so. Und jetzt auch hier wieder diese Tube. Einfach nur geradeaus mit den Speeds hochfahren. Beim Runterfahren machen wir das Skill-Duell, damit wir nochmal ein Duell haben. Ja, was? Warum warst du so schnell? Ja, ja, mit den Speeds, Junge. Okay. In die Tube rein und dann... Ja. Hallo! Skill-Duell. Ich komm gar nicht rüber. Ab hier. Ja! Ey, was ist denn los mit dir? Hallo! Freut mich, Marvin! Und jetzt. Und... Und jetzt go. Hallo, nicht schießen! Er hat mich geschossen, ich hab mich nur Waffenrad ausgewählt hier. Gibt's noch Windschatten? Ja! Ja, es gibt Windschatten! Nein, Digger! Los! Nein! 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 Camp! Camp! Ja! Ich bin schon! Ja! Ey! So eine kleine Ratte, ey! So eine kleine Ratte! Als ob du wirklich mit dem Gedanken gespielt hast, dass ich dich durchlasse! So eine kleine Ratte, ey! So eine kleine Ratte, ey! Unglaublich, ey! Unglaublich, ey! Aber man muss sagen! Unglaublich! Jetzt steht's 4-4 wieder! Kann ich so schnell runter droppen? Das war schon eine geile Map! Muss man jetzt mal so festhalten! Egal, ey! Junge! Wir machen nie wieder Fieldmaster! Können wir uns darauf einigen? Es sei denn, es stellt sich irgendein Zuschauer bereit, eine geile Fieldmaster-Map zu bauen! Das ist auch eine Challenge, oder? An alle Map erwarten! Baut eine geile Fieldmaster-Map! Nein! Eine, bei der man sich nicht wünscht, man würde seinen Lebenszeit zurückbekommen! Muchachos! Wenn euch diese Folge trotz selbst gefallen hat... Muchachos! Wenn euch diese Folge trotz selbst gefallen hat, scheppert den Daumen nach oben! Checkt die Beschreibung aus! Bis zum nächsten Mal reingehauen! Checkt meine Lebenszeit! Bye, bye!